Geschichten aus Indien Kühe und Karma Die Kuh steht im Weg. Sie bewegt sich kein Stück. Da hilft kein Hupen und kein Schreien. Genervt steigt der Tuk-Tuk-Fahrer aus und schlägt der Kuh auf den knochigen Hintern. Doch die Kuh kaut ruhig weiter auf ihrer Plastiktüte herum und lässt gemütlich einen Fladen fallen, dem der Fahrer gerade so ausweichen kann. Wo soll sie auch hin? Die schmale Straße ist mit Ständen und Menschen vollgestopft und vor ihr wandelt eine Prozession hustender und schnaubender Hare Krishna Anhänger. Sie tragen anscheinend eine kleine Anlage mit sich herum, denn ihren hustenden, spuckenden Vorsänger hört man auch über das Hupen der Tuk-Tuks und das Geschrei der Händler hinweg. Hare 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 Rama Rama Hare Rama Rama Wie in Trance bewegen sich die orangenen Gestalten durch die verstopfte Straße. Im Dunst der Dieselmaschinen, im Rauch und Staub der Stadt flirren ihre Gewänder und schon in wenigen Metern Entfernung scheinen sie fast die gleiche Farbe wie die Luft zu haben. Ocker orange undefinierbar. Die abendliche Hitze lässt die Luft noch dicker wirken, als ob man sie schneiden kann. Davon unbeirrt reden die Händler auf die Touristen und Tuk-Tuk-Fahrer ein. Den einen versprechen sie seidene Schals, orangene Tücher, den anderen eine große Provision, wenn die Touristen etwas kaufen. Hinter dem Tuk-Tuk hat sich eine Schlange von Fahrzeugen gebildet. Ein paar Mofas versuchen sich durchzudrängeln und bleiben in den Ständen der Händler hängen. Ein paar Touristen versuchen die aufdringlichen Verkäufer abzuwimmeln und bleiben in den Händen der Händler hängen. Ein Fahrer in einem leeren Tuk-Tuk lehnt sich zurück und schließt die Augen. Die Krishnas sehen nur ihren Gott, die Kuh nur ihre schmackhafte Tüte, der Fahrer nur die Kuh, die Händler nur das Geld der Touristen. Ein perfekter indischer Moment. Und so, wie die Luft steht, voll mit Gerüchen, gestank, gefüllt mit Geräuschen aller Art, so, wie die Straße steht, überfüllt mit Müll, Fäkalien, alten Frauen und bettelnden Kindern, so scheint auch die Zeit immer zäher zu fließen. Fliegen hängen erstarrt in der Luft, der Rauch steht unbeweglich über den Müllfeuern und das Hupen der Tuk-Tuks wird zu einem einzigen, unendlichen Ton, der das gesamte Universum dieser Straße füllt. Dann scheint der krächzende Anführer der Krishnas seine Haare gefunden zu haben. Von einem Augenblick zum anderen ist wieder Bewegung in der Straße. Die Kuh verschwindet in einer Seitengasse, die Tuk-Tuks rollen wieder und ihre Fahrgäste hatten die Möglichkeit, einen unscheinbaren Wimpernschlag lang die Welt aus einem anderen Winkel zu betrachten. Die Kuh